Äh, dann bauen wir mal wieder den Stein hoch. Den können wir ja hier hinbauen. Sehr schön. Army! Kommen Sie! Von zwei Minuten. Nice. So. Was macht er hier? Ah, ich kann hier noch so ein... Ich kann uns hier aber noch bessere Kleider machen. Ich kann aber noch einen machen gerade. Machen wir mal so ein... Ach dammit, das ist aber... Das dauert lang. Okay. Wenn ich noch so einen Kleider machen will... Was brauche ich noch dafür? Ganz viel Holz, ganz viel Knochen... Doch, doch habe ich dann doch zu wenig gemacht. Hast du eine Werkbank schon abgebaut? Hm. Ah, du bist schon die... Du hast schon die Bänke ein bisschen umgeräumt. Ja. Könntest du bei deinen auch machen? Mach ich... Mach ich auch gleich. Mach ich auch gleich. Ähm... Definitiv. Nur würde ich gerne noch so einen Kleider bauen. Warte mal, das ist ja schon fertig. Warte, das ist schon fertig. Nice. So, den Eifel kann man jetzt sorgen. Ja. Ja. Dann, was brauchen wir noch für einen... Noch Stoff. Okay. Wir brauchen noch extrem viele Palimbruchstücke. Wir haben keinen Stein. Wir besitzen einfach keinen Stein. Jetzt wird es wieder dunkel. Ich müsste... Ich müsste... Ich müsste noch ein bisschen... Ah, ich muss noch... Hier ist noch ein Steinhaufen. Wir können... Das wird dann in den Kleinerer reingeworfen. Na? Das wäre nicht ausdauer. Gehen wir mal ausdauer, pack. Geh meh, geh meh, geh meh. Weiß. Okay. Allium. Ah, wenn wir auch noch ein paar bekommen. Und jetzt kann man hier nämlich noch das da machen. Komm mal zurück. Da kannst du ja auch anklären. Sehr schön. War ich jetzt wieder genug für einen... Nein. So wenig was. Zack, 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 zack. Ich habe hier nur noch zu wenig. Brauchen wir da hinten noch den ab. Dann bin ich noch viel Zweck. Ion, Holz. Be gone. Mega-Kleiter. Oder auch nicht. Weil... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Irgendwie was anderes kann er. So. So. Ist ja? Nice. Ina, Bronn, perfekt. Äh, wollen wir einmal uns kurz hinlegen? Nice. Cool. Das ist ja richtig geil. So langsam fühlt sich das hier schon gut aus. Das ist gut, ne? Abgesehen von der Tatsache, dass dieser Kamin platziert ist, auf Teppich Boden. Das Feuer ist auf dem Teppich Boden. Ui. Oh. Ich hoffe, das wird nicht in diesen Spielen. Ach, das wird schon. Brennen wir das bestimmt nicht. Äh, stimmt nicht. So. Arbeite da mal wieder dran. Ähm. Und dann... Kriegst du auch noch zu essen. Und ich krieg auch noch zu essen. Sehr schön. Hier nochmal einmal. Äh, dein Mega-Gleiter ist fertig. Du darfst ihn dir in der Werkbank abholen gehen. Dann gehe ich hin und, äh, hau auch noch ein bisschen Stein in... Okay, da ist kein Stein. Hier ist, wenn man noch ein steines Wort... Weg damit. Alles weg damit. Nice. Da können wir das nämlich nochmal hier reinwerfen. Kann da nämlich noch mal ein bisschen Balium gemacht werden. Was ist nämlich das da? Sehr geil. Ein Mega-Schild. Dann sind wir nämlich auch... Mega ausgerüstet und so. Mega-Finde-Stoff. Mhm. Nice. Mache ich mal jetzt links in die Kiste alle Materialien. Hier-Schild. Und dann... Leg mal einfach das alte Schild. Leg ich dann doch mal weg. Weil das kostet ja auch wieder ein paar. Was kommt hier einmal rein? Ähm, hier ist übrigens was kaputt gegangen. Was denn? Gucken Sie mal in... Im Haus. Ist auch nicht der Kabin drin. Nee. Ist ein Loch. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Soll ich es schauen? Warum? Warum ist das weg? Weiß ich nicht. Ich war es nicht. Also wirklich. Ich habe daran nichts gemacht. Das ist einfach kaputt gegangen. Also ich war nur nicht mal dabei, als es kaputt gegangen ist. Ich habe nur gesehen, dass es halt gut ist. Oh, wir haben keine antiken Bauteile mehr. Ich kann hier leider kein Megaschild machen. Ist der ganze Boden weggebrochen? Ja. Gut. Dann räume ich mal die Werkbanken hier weg. Hä? Wieso? Ach. Ich glaube, das Rückbauen bringt dir nicht alle... bringt dir nicht alle Rohstoffe zurück, oder? Ja. Warte. Endlich? Ja, das ist ein kleiner Rohstoffe. Das hat auch mal nicht funktioniert. Äh. Ah, doch. Das bringt dir... Doch. Das bringt dir alle Rohstoffe zurück. Ja, Moment. Ähm. Hier. Da hin. So, dann. Das da. Das da. Und die... ...A-Sphären-Bank. Gut. Okay. Und dann... ...die hochwertige Bank. Hey, hast du mich mal vorbei? Danke. Die hochwertige Bank kommt hierhin. Und dann die A-Sphären-Bank. Okay. Schade. Dann kann ich die nicht stellen. Ich kann die hierhin stellen. So. Das wird jetzt getrun. Ähm. Was habe ich noch abgerissen? Ich habe noch den Hochofen. Mit lieber Hochofen. Ah, der kann. Der kann. Wir haben ein Problem. Äh, wieso? Was denn? Ich habe jetzt alles mit Steinboden machen wollten. Da hat Holzfundament ja offenbar nicht funktioniert. Ja. Allerdings, wenn ich den Holzboden wegmache, wird alles automatisch gelöscht, was auf diesem Holzboden steht. Was sowohl für das komplette Schlafzimmer-Brut zutrifft, was ich dekoriert habe, als auch auf die antiken Brutkästen. Äh, du kannst ja... Gut. Gut, die antiken Brutkästen ist halt jetzt ein bisschen doof. Da müssten wir erst die ausbrüten lassen. Aber da... Du kannst ja davor alles abbauen. Also einmal rückbauen. Weißt du? Äh, rückbau die. Setzt dann quasi da drunter. Aber die Wände gehen nicht kaputt, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass hier gar nichts kaputt geht. Ja gut, das kann halt sein. Also, dass das nicht wirklich... Dass das nicht hundertprozentig funktioniert, ne? Ich würde dir empfehlen, dann alles einmal zurückzubauen. Und dann erst die Steindinger reinzusetzen. Wolltest du dann jetzt auch Steinbände und so machen? Alles aus Stein? Oder für... Was war der Plan? Der Plan war Panik. Der Plan war Panik. Okay. Panik. So. Ein bisschen ernst. Das ist okay. Wir wollen auf jeden Fall noch... Was ist das da jetzt? Hier ist was kaputt gegangen, glaube ich, oder? Ja, aber das war ich. Okay. Oh. Da kriege ich Panik, wenn ich sowas höre. Okay. Das wird eigentlich alles weg transportiert. Hast du noch eine Kiste, die du bauen kannst? Da ist man noch... Ist das schon voll? Ne, ich hätte gerne noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Wohin willst du die denn? Direkt nochmal daneben? Ja. Dann errichtet. Ja, ich muss gucken, ob ich alle Materialien dafür habe. Habe ich nicht. Wir bauen noch Holz. Warte. Ich kann mal gucken, ob hier hinten die schon Holz gemacht haben. Jo. Hier haben wir noch 100 noch sowas Holz. So, dann baue ich dir noch eine Kiste hier hin. Gut. Die können das bauen. Die laufen jetzt alle fleißig dahin und bauen das. Gut. Ich nehme mal kurz Chillit und guck mal, ob hier irgendwo noch, weiß ich nicht, so ein Dinosom oder so rumläuft. Das wäre echt cool. Ich würde hier so noch preiswerden. Hekt ihr's. Und schnelle Reise. Hier oben hinten. Da war ja eigentlich immer so ein... Hier hinten war, glaube ich... Ein Dinosom. Ich glaube, das ist ein Dinosom. ich habe eine höhle level 13 gefunden und dann direkt hinten wo ich mal bei dem dinosaurium geschwommen bin direkt an dem anfangsgebiet hier da ist auch noch eine lift und die statuette also wenn du willst können wir die höhle machen gehe ich noch einmal schnell hin und schiebe alles in den kisten rein nicht mehr so viele keine pfeile machen dann wollte ich mich einmal zu dem punkt hoch kommen wir uns wieder all right all right Hier? Ready? Set. Action. Go! No. Yes. Let's go. Let's go. Oh. Oh, was ist das? Spiefel. Die Spiefel wiegt auch nicht so viel. Oh, du schickst mit deinen Händen auf den Schwefel. Ne. Ne. Spitzwacker ist los. Ach, ich hab noch so extrem viel Holz dabei. Spitzwacker ist los. Okay. Okay. Bei mir schlägst du gerade alles mit den Händen. Kannst du mal wechseln? Ich hab jetzt meinen Baseballschläger. Ich hab jetzt meinen Baseballschläger, jetzt den Bogen. Okay, siehst du mich Sachen wechseln? Ja. Okay, dann ist verpackt. Okay. Oh, naja. Macht ja nix. Wollen wir unbedingt zu sehen, was du in der Hand hast. Oh, was haben wir hier? Das einzige, was ich mir mehr wünschte, ist, dass ich mal hier diese Karte hätte. Also für Leute ohne Orientierungssinn. Oh. Undchen? Was ist denn? Illich, illich. Eins. Was ist denn Mau? Wie viel Damage waren das jetzt? Ich hab gerade mit. Ich hab gerade. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Okay, warte, warte, warte. Okay, jetzt. Wie viel Damage war das? Was? Ah, die kämpfen, die kämpfen gerade gegen die Bilder, ja. Okay. Komm mit den Bilder ran! Oh man, die... Warte, warte, warte. Warte, ich... Nehme mal gerade meinen alten Bogen hier rein. Kann ich auch ein bisschen weniger machen. Ich muss ein wenig, der Mensch... Was bist du denn? Oh, ein Fudler. Ein Fudler? Den will ich. Juhu! Jo, warte, warte, warte. Warte. Juhu! Juhu! Wie süß, wie's tun! Jo, wie süß, wie's tun! Juhu! Okay. Juhu! Check it! Juhu! cool ein pudler und damit level 20 als zum ersten mal fangen gibt halt wirklich extrem viel xp ja mittlerweile kann ich erkennen wie ernst aussieht und ich bin mir nicht sicher wir kommen hier nicht mehr hoch glaube ich wenn wir hier immer untergehen ich würde mal okay wir gehen runter okay okay moment einmal hier stehen bleiben ja bitte schönes bild da so lang das sieht einfach so episch aus können wir das einen moment ein genießen ach so dass wir jetzt gleich sterben warte es gibt bestimmt ich war mal kurz hier werte erhöhen was brauche ich denn ich brauche noch mehr gewicht es gibt doch bestimmt ein foto modus oder so ohne prozentig mal gucken noch einmal gucken steuerung gibt es sowas wie einen foto modus teilrufen blablabla gamepad ne gamepad wollen wir ja auch nicht ne ok es gibt keinen foto modus oder was kann ich irgendwie wenn ich drucken drücke dann passiert auch nix ok ist das hier ich öffne es ok kommt noch ein endboss mache medizin ein bisschen nix aber ansonsten nur eigentlich nix keine endboss ja das sah anscheinend nur so aus ne aber hier rauchen kann man glaube ich auch nicht ne ich dachte es gibt irgendwie wenn man das noch ledig hat so ein bisschen ich hoffe dass wir jetzt hier hochklettern können aber es sieht gut aus ja wir haben noch wir haben noch dass da war nur eine das haben wir nur eine seite da war nur eine seite so jetzt hoffe ich nur dass meine ausdauer ausreichend sollte eigentlich da gibt es immer zwischendrin zwischendrin sind ein paar stellen wo du kurz warten kannst die bilder sind wieder gespawnt weil das ist wirklich was was mir gar kein was wenn ich den dungeon fertig habe dann den ganzen weg wieder zurückzulaufen ja gut ok ähm hier hinten geht es noch weiter hier hinten geht es noch weiter wir den mal aktivieren WAS WEA 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 Da, hier hinten geht's ja weiter. Auch episch aus. Mhm. Hallooo. Hier ist nochmal Steinkohle. Hast du noch Platz? Hm. Warte mal. Das ist mein Gott. Hier. Kannst du die mal kurz nehmen? Ich? Ja. Nee, dann bin ich vollkommen überladen. Ach. Ich hab doch gefragt, ob du nur Platz hast. Ja, aber auch nicht so viel. Ja, dann wirf weg. Dann wirf weg. Dann wirf weg. Das ist mir aber noch schwer, ne? Ein paar Bären. Ich hab da mal grad noch alle. Sie können noch einen Footler fangen, wenn sie hierher kommt. Ich bin immer noch überladen. Dann wirf weg. Sie können das Ganze bisschen aufteilen, ne? Bisschen aufteilen? Nein, wenn sie Schifte drücken, dann können sie teilen. Ja, dann brauchst du schon. Ja, dann brauchst du schon. Okay. Danke. Hallo! Bleib drin! Jetzt hab ich zwei Leder bekommen. Jetzt bin ich wieder überladen. Ja. Bleib doch drin! Danke. Nein! Bleib jetzt! Geh doch. Mann! Ei, 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 ei. Oh, hier ist noch eine Kiste. Meine kleine Palseel. Schön und sicher. Ich glaub, hier ist jetzt doch wirklich kein Boss, ne? Also, hier geht's auch nirgendwo mehr weiter. Das ist nur noch ein Weg weiter. Geh nur einmal zurück. Ich war hier auch kein Boss. Ich bin jetzt noch ein Wälderer. Und dann geht's noch eine Wälderer. Ähm, ne, da hinten waren wir ja durch, dann, äh, keine Ahnung, dann sind wir wieder zurück. Oder, ah, ne, warte, hier ging's noch lang, stimmt, hier ging's auch noch lang, wait, was bist du denn? Ne, das war loser aus. Oh, ne, ne. Oh, der ist noch, hat ja. Give me that. Okay. Ja, das reicht definitiv nicht. Ey! Ha! Hat nicht geklappt. Das gibt's doch nicht. Komm schon! Bleib jetzt da drin! Nice. Hast du dein, äh, hast du dein Dings Cutie Pie genannt? Okay, äh, bist du links rum, äh, rechts rum, dann gehe ich links rum. Gucken, ob da was ist. Was ist hier unten? Da unten ist, glaub ich, auch noch irgendwas. Ganz gerne springen. Wir gehen jetzt mal weiter. Holy! Okay, Bild. Bild, 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 Bild. Uh! Wow! Okay. Das sieht ja, Sparks Level 13. Okay. Das sieht so cool aus. Das sieht ultra cool aus. Und auch rechts mit dieser, diesen atmosphärischen Steinpools. Das ist mega. Ey, ich glaub, dass Level 13 in der Mitte ist, der Boss. Ja, ja. Ich hab noch keine Pfeile mehr, also, ruhig drauf. Sie dürfen auch fangen. So. Dann. Okay. Ich muss zurück. Er ist raus. Ja. Das hat sich bereit. Ah, nee. Es geht auf mich. So. 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 Also, k- ich wollte gerade sagen, auf keinen Fall. Ich hab keine Pfeile mehr. Okay, 56. Ah, schatz. Ja, ja. Nice. Okay, komm. Haben wir unseren neuen Förster gefunden. Meine Rüstung ist auch beschädigt. Oh, cool. Ich hab wieder Sachen bekommen. Wenn man's wirklich geschafft hat, sieht das hier so aus, als wär das da so ein Ende. Warte. Nochmal aus. Okay, ist die. Lass mich auch noch eine aufmachen. Thermounterwäsche. Ah, warte. Dann lass mal zurückgehen, weil wir haben, glaube ich, auch noch nicht alles. Oh, nö. Ich bin doch so überladen. Ich kann noch ein bisschen. Dann wirf ein bisschen was ab. Was hast du denn für Sachen dabei? Ich habe jetzt noch mal ein paar Tierchen gefangen. Dann kriegt man ja automatisch auch noch mal dazu. Oder warte. Dann bleibt das stehen. Ich springe nur noch einmal da runter. Das war ja das Einzige, wo ich noch nicht erkundet war. Ich glaube, da ist auch nichts wirklich. Ne. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Oh, hier ist nix. Gut. Dann, äh... Dann bewege ich mich langsam wieder zurück. Lass die Menschen. Ja, ja. Und chillig, chillig, chillig. So, okay. Und meine Rüstung ist nämlich auch kaputt. Überladen und rüstigen. Kaputt. Wir sind ein gutes Team. Ähm. Bin ich jetzt gespannt, wie viel Cooldown jetzt der... der hier hat. Was haben wir hier eigentlich? Hier ist auch nix. Okay. Nur kurz hier noch so rechts umgesprungen. Muss noch was essen. Schrohrabrat. Okay. Da ist wirklich nix. Da, 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 da. Spumi. Let's go. Dungeon verlassen. Da, da. Nice. Ah. Verschwindet in sieben Minuten. Okay. Und verschwindet das? Okay. Dann... Laufen wir mal zurück. Okay. Okay, 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 okay. Hier haben wir noch ein... Nee, du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen, Dinosaur. Wir müssen das auf jeden Fall fangen. Ich geh mal jetzt grad hier runter. Ich hab mal schnell geworfen. Kannst du deinen Q... Okay. Uh. Ich habe zweimal weißen Saat bekommen. Wir können, wir können bauen. Wir können bauen. Du hast ja auch noch eine, ne? Ja. Nice. Und ich glaube, wenn wir dann, äh, wenn wir dann, äh, bauen, äh, dann kriegen wir automatisch wieder welche. Das heißt, wir brauchen auch wirklich nur drei, um es zu kickstarten. Hoffe ich zumindest, dass wir nicht zum Anbauen auch noch eine brauchen. Das wäre natürlich mies, weil die haben wir natürlich auch nicht. Ja. Ja. So. Einmal hier raus. Nice. Dann war das ein richtig erfolgreicher Dungeon. Wir haben alle unsere Tagesstiele erfüllt. Cool. Dann, ähm, irgendwann schaffen wir es auch zu diesem Rain-Syne-Karton. Ja, der, ich glaube, der wird aber auch, der wird aber auch extrem. Also, da will ich halt definitiv, ähm, ein paar Pals haben. Da ist, ein Pals ist übrigens verletzt. Kann man hier eine Torte machen? Man kann hier eine Torte machen. Oha. Oh. Äh. Okay. Also, für die Torte brauchen wir Mehl. Rote Beeren, die haben wir. Mehl könnten wir auch machen. Wir brauchen Milch. Eier hätten wir, theoretisch können wir auch machen. Und wir brauchen Honig. Okay. Aber Honig habe ich gar keinen, wenn man da dran kommt. Ja. Ich nämlich auch nicht. Ähm. Aber Mehl müsste dann mit unserer Mühle gehen. Genau, 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 genau. Ach, Honig. Och, keine Ahnung. Etwa noch Beeren oder so.